Na alle zusammen, hier ist wieder heute Land, hat mich wieder für euch in The War befinden unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountcat präsentieren. Heute geht es gleich um mehrere Mounts und die können wir uns leider nicht in Gamer spielen, sondern die gibt es über eine Aktion von Blizzard und zwar über das 12 Monats Abo. Da können wir jetzt wieder ein paar neue Reittiere und auch ein Pet kriegen und das erste was wir hier haben ist einmal gewaltiger Grr-Lok. Und ja, das Grundmittel kennen wir schon, das sind jetzt diese großen muskulösen Murlocs quasi, auf denen wir sitzen können und davon gibt es auch schon ein paar verschiedene Farbvarianten. Wir gucken uns jetzt den mal ein bisschen genauer an. Das ist jetzt hier quasi ein Oranger mit, ja, so Tentakeldingern am Rücken, die lila gehalten sind. Mount Special schauen wir uns auch mal an. Hier so einen kleinen Fisch vorne dran, wir haben nämlich eine Angel in der Hand und da schauen wir, dass wir den quasi so ein bisschen teasen, dass er den schnappt, den Fisch. Genau, also das ist soweit der Grr-Lok. Dann gucken wir uns jetzt mal schnell die anderen Farbvarianten noch an. Grr-Lok, also es gab bis jetzt schon einen lilanen und es gab einen grünen. Der grüne sieht meiner Meinung nach am coolsten aus, das ist so der Basic Murloc, aber der hat halt diese verschiedenen grünen Töne, der ist schon recht cool. Genau, die gab es glaube ich alle über diese Sonderaktionen. Das ist jetzt das Erste, dann gibt es noch ein paar weitere Belohnungen und zwar haben wir noch einen Katzen-Mount, was auch neu reingekommen ist und das ist Fellknäuel, da haben wir es. Das ist diese Katze und die heißt Sternberührtes Fellknäuel. Sieht auch sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Auch detailreich, die kann natürlich auch fliegen, ganz normales Drachenfliegen. Die läuft dann so ein bisschen im Himmel, das sieht schon cool aus. Jetzt schauen wir uns das Mount-Special noch an, hätte ich gesagt. Okay, sie hackt den eigenen Schwanz. Okay, schon ganz niedlich. Und ja, die Details sind echt cool von der Katze, also da kann man nichts sagen. Schriftrollen an der Seite mit dran, auch die Pfoten so ein bisschen am leuchten, der Schwanz ist am leuchten. Wenn man ein bisschen rumsteht, dann leckt sich so ein bisschen die Pfote. Also das ist auf jeden Fall ein cooles Mount, muss ich gestehen. Das ist Mount Nummer 2. Und dann gibt es noch ein altes Mount, was wir beim letzten 12-Monats-Abo dabei hatten. Und zwar ist das eine Eule. Jetzt schauen wir mal, bezaubernd der Kurier müsste das sein. Das ist das hier. Da hatte ich schon ein Video gemacht. Das war, wie gesagt, beim letzten 12-Monats-Abo müsste das gewesen sein, müsste das dabei gewesen sein. Genau, also hier können wir auch natürlich fliegen. Eule hat Flügel, sollte klar sein. Mount Special können wir uns auch noch angucken. Das kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Okay, es fliegt sogar ein bisschen rum. Also der Movement mit dem Hals, ja, hat schon auch was für sich. Gut, das ist Mount Nummer 3. Und jetzt kann ich euch das mal die VW Head-News reinziehen. Also die Katze habe ich euch gezeigt, den Gorlock und quasi die Eule. Wie gesagt, die Eule, die konnte man beim letzten Mal schon kriegen. Es gibt noch ein viertes Mount. Das ist aber noch nicht bekannt. Und wenn man aktuell ein laufendes 12-Monats-Abo hat, also so ist es bei mir quasi auf meinem Man-Account, dann hat man die automatisch bekommen. Es kann sein, dass noch bis zum Ende vom Monat, das dauert, bis ihr es quasi einmal als Belohnung kriegt. Wo ist das Ganze dann drin? Naja, ihr habt dann hier so ein Symbolchen, wo ihr ein Geschenk aufmachen könnt. Also das müsste dann einfach da mit dabei sein, in eurem Battle-Ed-Client. Genau, und dann gibt es, wie gesagt, noch ein viertes Mount. Und dieses viertes Mount ist noch hidden. Das kommt erst im Januar 2025. Bis dahin, also spätestens Januar 2025, gibt es quasi hier das Sondermount. Für Classic gibt es auch was. Und da gibt es nämlich einmal diesen Drachen und dann das Mount, was wir hier als Oil-Mount haben, gibt es dann halt als Pad. Und ebenfalls ein Hidden-Pad, was dann auch wieder im Januar kommt. Wir können uns hier unten mal auch die Models von den Classic-Sachen anschauen. Also das ist das Pad, was wir dann nur in Classic kriegen. Und das hier ist das Mount, was wir auch nur in Classic kriegen. Ist quasi der 0815-Base-Drache, den wir schon kennen aus allen möglichen Expansionen. Bloß halt nochmal in einer bisschen cooleren Farbvariante. Sieht tatsächlich nicht schlecht aus, hier in schwarz gehalten mit diesen bisschen feuerleuchtenden Flügeln. Das hat schon tatsächlich auch was. Genau, das sind soweit die Belohnungen. Und ja, was müsst ihr dafür genau haben? Ihr müsst halt ein aktuell laufendes 12-Monats-Abo haben. Wenn ihr langfristig WoW spielt, lohnt sich das. Ihr habt da ja dann keine Mehrkosten, sondern ihr zahlt dann quasi für einen Monat im Schnitt weniger. Und wenn ihr langfristig WoW vorhabt zu spielen, macht das Sinn. Wenn jetzt natürlich jemand seid, der immer mal wieder reinschaut und dann wieder streckenweise nett spielt, dann ist das natürlich netzsinnig. Manche von den Mounts landen dann auch immer mal wieder im Shop. Da kann man sie auch einzeln kaufen, unabhängig von dem Abo. Das entscheidet aber dann Blizzard, welches wann kommt. Also wenn ihr die unbedingt haben wollt, dann würde ich euch das 12-Monats-Abo ans Herz legen. Da spart ihr langfristig, wenn ihr zumindest immer wieder durchgehend am Spielen seid, auf jeden Fall auch ein bisschen Geld. Gut, das waren soweit die Belohnungen. Hat mich bevor ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao. Ciao. und